Hallo Jäger, heute zeige ich dir wie du in der Kantine den Mondscheinpilz freischalten kannst. Eins von 10 Rezepten. Dazu musst du eine Untersuchung im Walten Wald haben und im Lager Elf spawnen. Als Bonus benötigst du Pilze. Im Lager angekommen, drehen wir uns einmal um 180 Grad und springen dann hinunter. Dann bewegen wir uns nach links und rennen immer geradeaus und links am Mooswein vorbei. Wir halten uns rechts, bis wir einen kleinen Eingang sehen. Dort kriechen wir einmal runter, rennen durch den kleinen Fluss und dort sind die Pilze. Einfach sammeln und schon hast du den Mondscheinpilz freigeschaltet. Ganz wichtig, beim Verlassen der Quest, nicht die Quest abbrechen, sondern vom Quest zurückkehren. Das war's auch schon. Haut rein, bis zum nächsten Video. Peace! Peace! Untertitelung des ZDF, 2020